Wunderbar, gut. Mein Name ist Philipp Hennig. Ich mache diese Vorlesung, dieses Semester, die Theorie der Informatik Nummer zwei. Manchmal heißt es ja auch einfach nur die Theorie der Informatik und ich freue mich sehr darauf, diese Vorlesung mit Ihnen zu machen. Das ist meine liebste Vorlesung im Bachelor, im Grundstudium. Sie ist mir ein bisschen zugefallen, als ich es erst einmal gehalten habe, aber ich bin richtig in Sie verliebt. Ich hoffe, dass Ihnen die Vorlesung auch gefallen wird. Zunächst einmal möchte ich gerne verstehen, wen ich vor mir habe. Wer von Ihnen studiert Informatik, Informatik ohne irgendwas davor? Ah, das sind fast alle, ehrlich gesagt. Wer studiert Bioinformatik? Ah, das sind doch ein paar mehr. Da haben Sie auch mehrfach die Hände gehoben. Medizin Informatik, Kognitionswissenschaften, freiwillig hier, sehr schön. Ah, da kommen noch ein paar mehr. Lehramt. Wo sind die LehrerInnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wunderbar. Ein paar mehr. Hoffentlich können wir Sie bis zum Ende hier halten und begeistern für diese Veranstaltung, die, glaube ich, für Sie auch Pflicht ist. Mehr habe ich vergessen. Medien Informatik, oder? Ja. So, jetzt habe ich noch irgendjemand. Wer studiert einfach nicht Informatik mit irgendwas davor oder dahinter? Einfach was ganz anderes. Mathe. Sehr schön. Noch Mathematiker? Da hinten? Ah, die nicken schon so. Ja, okay. Oder gehen schon die Ersten wieder? Haben schon gemerkt, oh, das ist die falsche Veranstaltung. Gehe gleich woanders hin. Sie merken schon, es ist nicht für alle der Studiengänge ist diese Veranstaltung Pflicht. Für manche ist es. Für die Informatik auf jeden Fall sowieso. Für viele der anderen auch. Selbst wenn die Veranstaltung für Sie nicht Pflicht ist, hoffe ich, dass Sie hier etwas finden, das Sie mitnehmen möchten und mitnehmen können für den Rest Ihres Studiums. Denn diese Veranstaltung, werde ich gleich nachher nochmal sagen, ist wirklich eine der zentralen Elemente der Informatik als Wissenschaft. Sie ist das, was die Informatik trennt als akademische Disziplin, vom Programmieren als Handfertigkeit, die viele von Ihnen schon haben oder die Sie gerade entwickeln. Überhaupt ist diese Veranstaltung etwas sehr Schwergewichtiges, dass wirklich, obwohl sie Theorie heißt, konkret hoffentlich was für Sie Handfestes bedeuten kann. Und meine wichtigste Aufgabe in diesem Semester ist Ihnen das zu vermitteln, wie wichtig diese theoretischen Einsichten sind, über die wir sprechen werden. Deswegen werde ich auch diese erste Veranstaltung nutzen, um wirklich zu versuchen, Ihnen klarzumachen, warum Sie mit Begeisterung in diese Vorlesung kommen sollten, hoffentlich. Weil sie nämlich Antworten auf wirklich große Fragen liefert. Vielleicht haben Sie sich in der Schule, als Sie angefangen haben, über Rechnung zu lernen, ja in der Grundschule, meine Kinder sind in der Grundschule, da lernt man so, dass 1 und 1 gleich 2 ist und 2 und 2 ist 4 und dann lernt man, dass es Operationen wie Mal und Plus und Minus und geteilt gibt und dass man die irgendwie auswendig lernen kann. Und vielleicht ging es Ihnen durch Ihre ganze Schulzeit hindurch so, dass Ihnen einfach beigebracht wurde, dass bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie sind. Das Rechnen halt so funktioniert, wie es funktioniert. Dass es Hoch und Wurzel gibt und Exponentialfunktionen und Geteilt und Logarithmen. Und vielleicht haben Sie, da Sie ja nun inzwischen Informatik studieren, ist Ihnen das vielleicht irgendwann gekommen und sich mal gefragt, was das eigentlich heißt, zu rechnen. Da muss ich kurz eine Pause machen, damit sich das setzt. Da hoffe ich, dass bei Ihnen was angeht im Kopf. Was ist denn das eigentlich Rechnen? Und wer hat denn das gesagt, was das ist? Wer hat denn das aufgeschrieben, was Rechnen eigentlich bedeutet? Wie können wir uns darauf einigen, dass bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie sind? Und ist das nicht irgendwie unzufriedenstellend, dass meine Lehrerin, mein Lehrer mir in der Schule einfach nur sagt, wie die Dinge funktionieren? Was also bedeutet es zu rechnen? Was bedeutet es, insbesondere die Art von Mathematik, die diejenigen von Ihnen die Mathematik studieren, eigentlich macht? Nämlich natürlich nicht nur, einfach nur natürliche Zahlen aufaddieren oder dividieren, sondern Aussagen zu treffen über abstrakte Objekte. Und diese so zu treffen, dass man sich sicher ist, dass sie stimmen. Dass man also wahre Aussagen trifft. Selbst über sehr abstrakte Objekte, wie Funktionen mit Eigenschaften und geometrische Objekte und darüber sprechen kann und sich sicher sein kann oder zumindest glaubt sich sicher zu sein, dass man dabei immer die Wahrheit sagt. Weil man nämlich Beweise führt und Beweise sind ja richtig. Vielleicht haben Sie sich auch schon, wenn dieser Gedanke sich dann etwas festsetzt bei Ihnen, sich gefragt, ob es eigentlich Dinge gibt, die man nicht berechnen kann. Ob die Mathematik eigentlich irgendwie beschränkt ist. Ob sie durch ihre Präzision, dadurch, dass sie versucht, immer die Wahrheit zu sagen, vielleicht sich selber einschränkt und bestimmte Dinge nicht sagen kann. Darüber werden wir reden in dieser Veranstaltung und es wird einen großen Teil der Zeit einnehmen. Und dann gibt es eine dritte Frage, die sich vor allem im letzten Drittel dieser Veranstaltung äußern wird. Nämlich, wir machen ja, wenn wir eine Rechnung durchführen, insbesondere in der Informatik, das auf eine sehr konkrete Art und Weise. Viele von Ihnen tun es gerade eben. Sie haben nämlich vor sich diese Kisten stehen. Diese typischerweise grauen oder schwarzen Kisten, die wir Computer nennen. Und die machen ja offensichtlich auch Rechnung. Und eine Frage, die sich vielleicht äußert ist, wenn wir über die abstrakte Mathematik als wunderschöne Kulturform nachdenken, inwiefern hat die eigentlich was zu tun mit diesen grauen Kisten? Inwiefern sind diese Computer ein Abbild der Mathematik und der ganzen Mathematik oder nur eines Teils der Mathematik? Können die alles, was die Mathematik auch kann oder nicht? Ist das vielleicht die einzige Art, Mathematik zu übersetzen in Maschinen? Gibt es auch eine andere? Und sind diese anderen Arten irgendwie besser oder schlechter? Oder haben wir nur Pech gehabt mit unseren Rechnern? Oder Glück hat irgendwie haben Intel und Nvidia und Apple zufälligerweise die richtigen Arten von Rechnern erfunden? Diese Arten von Fragen versuchen wir zu beantworten in dieser Vorlesung. Und wir tun das, indem wir Erkenntnisse benutzen, die historisch weit zurückreichen hinter das Zeitalter der Computer. Die Maschinen, die Sie vor sich haben, okay, die Maschinen, die Sie vor sich Jahren alt, vielleicht auch nur ein halbes Dreivierteljahr, vielleicht sind sie zwei Jahre alt, weil sie sie zum Studienbeginn bekommen haben oder anderthalb. Aber Menschen denken seit Jahrhunderten darüber nach, was es bedeutet zu rechnen. Schülerinnen und Schüler lernen in der Schule schon seit Jahrhunderten zu addieren, zu multiplizieren, das Einmaleins. Und MathematikerInnen denken natürlich auch schon sehr lange über Mathematik nach. Und deswegen werden wir zu großen Teilen auch über Erkenntnisse sprechen, die von Philosophen und MathematikerInnen gefunden wurden, lange bevor es Computer gab. Vielleicht sogar aus einer Zeit, wo Mathematik und Philosophie noch sehr eng miteinander verwandt waren und sehr nahe beieinander lagen. Das heißt, diese Veranstaltung ist auch ein Kurs über Philosophie, über eine bestimmte Art von Philosophie, über die analytischen Teile der Philosophie. Wir werden zum Beispiel Menschen begegnen wie Gottlob Frege, einem deutschen Philosophen, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und sich, etwas vereinfacht gesagt, da wir nur ein paar Minuten Zeit haben, werde ich etwas kurz greifen, quasi unzufrieden war damit, wie die Mathematik zu dieser Zeit funktionierte. Damals bestand immer noch ein großer Teil der Mathematik, war ein Überbleibsel aus der aristotelischen Logik, aus dem alten Griechenland von vor zweieinhalb tausend Jahren. Und viele der Arten und Weisen mathematische Argumente zu führen, entsprachen nicht dem, was wir heute als Beweis wahrnehmen. Wenn Sie alte mathematische Bücher lesen, zum Beispiel von Auripor Carré aus dem 18. Jahrhundert, dann ist das so fließender Text. Da haben die sogenannten Mathematiker sich einfach hingesetzt und so mit den Händen gewedelt und argumentiert. Und bestimmte Aussagen wurden als a priori wahr wahrgenommen. Zum Beispiel hat Immanuel Kant argumentiert, dass die Regeln der Algebra, also Plus und Mal und Minus, dass die einfach evident sind, dass man sie nicht beweisen muss, weil man sie einfach sieht, weil Kinder sie schon verstehen. Frege war damit unzufrieden und hat argumentiert, dass die Mathematik auf eine axiomatische Ebene gestellt werden muss, dass wir uns also einigen müssen auf elementare Regeln und dann möglichst wenige davon natürlich haben wollen, damit wir nicht so viel haben zu überstreiten und dann schauen, welche Aussagen wir aus diesen elementaren Regeln herleiten können. Und er hat, um das zu formalisieren, große Beiträge geleistet zur mathematischen Logik, das, was wir heute als höhere Form der Aussagenlogik kennen, von denen Sie vielleicht auch schon in anderen Veranstaltungen gehört haben. Frege hat Einfluss gehabt auf eine ganze Schule von Philosophen. Ein anderer Bekannter ist Ludwig Wittgenstein, ein österreichischer Philosoph, der den größten Teil seines Lebens in Großbritannien gelebt hat, der versucht hat, die vor allem mathematische formale Arbeit, das Beschreiben von formalen Sprachen, über die wir heute später noch sprechen werden, die Frege begonnen hat, zu übertragen auf das gesamte Sprachsystem des Menschen. Die Frage, die da im Raum steht, ist quasi, ob es möglich ist, eine Sprache zu erfinden, in der man nur die Wahrheit sagen kann. Mitgestein hat er es sehr ernst genommen. Er hat einmal gesagt, dass die Philosophie wie eine Form von Medizin für den menschlichen Geist sei. Er hat sich Sorgen gemacht, dass wir durch unsere unaufgeräumten Gedanken, die Art, wie wir sprechen, diese natürliche Sprache, die so unsauber ist, die so unpräzise und unformal ist, dass wir uns damit manchmal selber fangen in Missverständnissen. Er hat von dem Fliegenglas geredet. Fliegengläser sind so diese Fallen für Fliegen, die so oben zu sind und unten ein kleines Loch haben, das so wie ein Trichter aussieht und dann fliegt die Flieger rein und kommt nie wieder raus, weil sie immer im Kreis fliegt und der Ausgang nicht wieder findet. Wittgenstein hat gedacht, dass wir Menschen so sind, weil unsere Sprache nicht aufgeräumt genug ist, können wir uns in unserem Kopf verheddern und uns von Unwahrheiten überzeugen, die vielleicht überhaupt nicht stehen, also auch von Unwahrheiten überzeugen. Man hat sich gefragt, ob wir formale Arten zu sprechen finden können, auch für das natürliche Sprechen über die Welt, in der wir uns sicher sein können, dass wir immer nur die Wahrheit sagen. Wenn man das tut, dann entsteht fast schon natürlich die analytische Frage, ob man denn in so einer Sprache, in der man nur die Wahrheit sagen kann, eigentlich auch alles sagen kann, was wahr ist. Vielleicht kann man auch manche wahre Dinge einfach nicht sagen. Solche Dinge, über die man nicht sprechen kann, hat Wittgenstein damals berühmterweise gesagt, über die muss man schweigen. Das, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. War seine Meinung. Hat jemand, Markus, die Hände hoch, hat jemand schon mal den Traktatus Logico Philosophicus in der Hand gehabt? Hat hier schon mal Philosophie irgendwie versucht, angefangen zu studieren? Ja, okay. Nein? Okay, gut, umso besser, kann man darüber reden. Und dann überträgt sich diese Frage zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der ersten Rechenmaschinen, der Mechanisierung von Rechnung in eine ganz neue Art von Frage, nämlich, also bis dahin, bis so ungefähr 1900, Zweiter Weltkrieg ungefähr, war das alles Philosophie. Es war die Frage nach Wahrheit und dem, was der menschliche Geist erreichen kann. Und im Zuge des Zweiten Weltkriegs entstanden dann zunehmend Rechenmaschinen, die formale Prozesse immer mehr ausführen konnten. Und dann begannen die Sprachphilosophen, auch die Mathematiker und auch die, die dann später mal vielleicht die Informatiker werden sollten, darüber nachzudenken, ob es eigentlich möglich ist, diesen Prozess des formalen Schließens, über den die Philosophen, die Linguisten nachgedacht haben, zu übersetzen in etwas, was eine Maschine tut. Auf der linguistischen Seite ist eine Person, die dafür stets sinnbildlich Noam Chomsky, ein amerikanischer Universalgelehrter, der übrigens immer noch lebt und politisch durchaus sehr kontrovers ist, der macht ganz viel auch politischen Aktivismus, aber er hat auch beigetragen zur formalen Theorie der Sprache und insbesondere versucht zu formalisieren, wie eigentlich Automaten aussehen, die formale Sprache verarbeiten. und was die für Eigenschaften haben müssen, damit sie bestimmte Sprachen verarbeiten und wiedergeben können. Diese philosophische Ebene des Kurses ist auch verbunden mit der Mathematik als Feld. Sie müssen sich vorstellen, dass im 19. Jahrhundert Mathematik und Philosophie und auch Physik und Naturwissenschaften sehr eng miteinander verzwickt waren. Das waren keine eigenen mathematischen Disziplinen, da gab es keine Fachbereiche an den Universitäten für Mathematik und Philosophie und Physik, sondern es war alles eins, Philosophie. Und die Studierenden hießen auch einfach die Philosophen. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich das ein bisschen ausdifferenziert. Da gab es Menschen, die sich wahrgenommen haben als MathematikerInnen. Eine zentrale Figur Anfang des 20. Jahrhunderts 1920 in Deutschland und vielleicht auch weltweit für die Mathematik, einer der berühmtesten Mathematiker aller Zeiten ist David Hilbert, der in Göttingen gelehrt hat und damit auch den Ruf Göttingens als mathematisches Zentrum damals begründet hat, der um ungefähr so 1900 herum versucht hat, diesen Prozess, den Frege auch schon angestoßen hatte, weiter zu formalisieren. Also die Mathematik auf stabile Füße zu stellen, wegzukommen von diesem vagen Argumentieren und zu schauen, was sind eigentlich die elementaren Aktionen der Mathematik, auf die wir uns einigen können müssen und was können wir dann aus ihnen heraus ableiten? Er hat insbesondere diese 23 Probleme ausgestellt, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben, das Hilbert'sche Programm, die Hilbert'schen Probleme, die Grundprobleme der Mathematik, von denen einige inzwischen gelöst sind, einige immer noch ungelöst sind oder offen sind und von einigen wissen wir inzwischen, dass sie keine Antwort haben können. Weil nämlich genau eine seiner zentralen Fragen das war, ob es eigentlich möglich ist zu zeigen, dass bestimmte Arten von Fragen immer beantwortbar sind aus der Mathematik oder ob es auch Fragen gibt, die man zwar stellen kann, die auch eine Antwort haben, deren Antwort man aber fundamental nicht finden kann. Das ist das sogenannte Entscheidungsproblem und eine Antwort auf dieses Entscheidungsproblem lieferte der österreichisch, ein bisschen kompliziert, Zweiter Weltkrieg, europäische Logiker, Kurt Gödel, der dann auch nach Amerika emeritiert ist, mit dem einer Form von Aussagen, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, vom gödelschen Unverständlichkeitssatz. Von Gödel haben Sie vielleicht mal gehört, das ist auch so eine einprägsame Person irgendwie mit diesen Gläsern und so, so ein sehr stringenter Mensch, der auf sehr präzise Weise gezeigt hat, dass formale Systeme, in denen man zum Beispiel nur die Wahrheit sagen kann, auf eine fundamentale Art beschränkt sind. Dass es in allen Systemen, in denen man nur die Wahrheit sagen kann, in allen Sprachen, in denen man nur die Wahrheit sagen kann, auch Aussagen geben muss, die zwar wahr sind, die man aber nicht tätigen kann. Auch diese Verbindung zur Mathematik werden machen. In der Mitte ungefähr dieser Veranstaltung. Ganz grob ist so die erste, das erste Drittel dieser Vorlesung ist mehr so der sprachliche Teil, der linguistische, die Mitte ist mehr so der mathematische und der dritte Teil ist der, zu dem ich jetzt komme, aber das gibt es noch ganz grob, denn die Überlappungen werden sehr stark sein. Der dritte Teil ist der, der sich mit den Maschinen selbst beschäftigt, mit dem, was sie da vor sich stehen haben. Nämlich Computern. Dass es die gibt, ist was, woran ihre Generation sich komplett gewöhnt hat, für sie ist das ein normaler Teil der Welt, aber es ist immer noch eine völlig neue Situation für die Menschheit, dass wir diese externen Objekte haben, die für uns Denkarbeit übernehmen. Insbesondere jetzt, 2023, 2024, mit dem zunehmenden Erfolgen von der künstlichen Intelligenz, stellt sich diese Frage natürlich noch viel mehr. Inwiefern eigentlich unser Denken auch über formale Fragen abbildbar ist auf Maschinen? Und ob wir, in welchem Sinne wir von diesen Maschinen erwarten können, dass sie das Gleiche können wie wir oder mehr können als wir? Oder vielleicht völlig entkoppelt von uns selbst, ob es bestimmte Beschränkungen gibt, bestimmte Formen von Fragen, die diese Maschinen nicht beantworten können. Und dann müssen wir uns fragen, wenn wir ja konkrete Maschinen vor uns haben, diese Tisten, die da vor Ihnen stehen, inwiefern sind die eigentlich die einzige Art, einen Computer zu bauen? Gibt es nicht auch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel irgendwie mit so DNA-Engineering oder mit irgendwelchen geometrischen Objekten, irgendwelchen mechanischen Prozessen, wo irgendwas fällt und rutscht und irgendwas Thermodynamisches, irgendwelche Kristalle, die sich arrangieren in einem Hitzebad oder irgendwas Verrücktes? Gibt es irgendwelche anderen Arten, Computer zu bauen und inwiefern könnten die vielleicht anders, mächtiger oder weniger mächtig sein, als die, die sie vor sich haben? Die Person, von der Sie bestimmt schon gehört haben, die mit dieser Frage sehr eng verbunden ist. Es ist Alan Turing, ein britischer, ich glaube, ich kann sogar sagen, ein englischer Mathematiker, möchte man sagen, aber eigentlich markiert er vielleicht den Übergang von der Mathematik zur Informatik. Vielleicht ist er einer der ersten Informatiker, der sich präzise mit der Konstruktion von Maschinen beschäftigt. Wir werden sehen, dass er sich übrigens im Kontext von Hilbert und Gödel mit der Frage dieses Entscheidungsproblems beschäftigt hat und zu diesem Zwecke versucht hat, eine möglichst konkrete Maschine zu erfinden, eine sich auszudenken, einen Computer, über den man konkret nachdenken kann, bei dem man eben nicht mit den Händen wedeln muss und sagen muss, irgendwie passt das schon, sondern bei dem man sehr genau darüber nachdenken kann, wie dessen Rechenprozess abläuft, die Turing-Maschine. Hände hoch, wer hat es schon mal von der Turing-Maschine gehört? Hat das Wort schon mal gehört? Sehr gut. Wer könnte eine Definition aufschreiben, der Turing-Maschine? Hoffentlich nicht so viele, 1, 2, 3, sonst hätten sie schon die erste Hälfte dieser Veranstaltung hier quasi schon hinter sich. Das ist ganz okay, da müssen wir noch irgendwie hin. In dieser Phase, so Zweiter Weltkrieg, kurz danach, da ging es vor allem darum, vielleicht eigentlich eher so vor dem Zweiten Weltkrieg, darum, ob solche Maschinen eigentlich, wie die eigentlich aussehen müssen, ob man die bauen kann und was die dann eigentlich können. Natürlicherweise fand dieser Gedankenprozess quasi statt, bevor es diese Maschinen eigentlich gab oder ungefähr zu dem Zeitpunkt, als sie begannen zu existieren. Das ist übrigens historisch eine ganz interessante, so Parallele. Die ersten Maschinen, die benutzt wurden, um zu rechnen, die stammen sogar noch von Vorturing. Die kommen zum Beispiel von so Leuten wie Hollerit oder so aus den Anfang des 20. Jahrhunderts. Das waren so Tabelliermaschinen, die wurden quasi einfach mechanisch Rechenaufgaben übernommen für Personalverwaltung, ganz langweilige Sachen. Konten führen bei Banken, sich merken, wer angestellt ist und wer irgendwie ausgezahlt werden muss und aufschreiben, wer wann zur Arbeit auftaucht und wieder verschwindet, Stempelmaschinen, sowas in der Art. Und da gab es quasi das, was wir heute so als technische Informatik wahrnehmen, vergleichsweise separater Zweig, industrielle, die einfach nur Maschinen für sehr, sehr, sehr konkrete, Zwecke gebaut haben. Mit Turing und anderen Informatikern auf dieser Ebene begann dann so ein Transfer zu dem, was wir heute von Computern uns vorstellen, nämlich als universelle Maschinen, die quasi ganz viele Aufgaben für uns lösen können und die so universell sind, dass die meisten von ihnen, naja, vielleicht nur einen oder zwei oder drei von diesen Maschinen besitzen und mit denen alles machen. Ja, eine große, eine kleine und vielleicht eine ganz große daheim zum Zocken. Eine ganz kleine zum in die Tasche stecken, so eine, vielleicht noch eine ganz, ganz kleine am Armband. Aber im Prinzip machen Sie mit einem Computer oder können Sie mit einem Computer all die Aufgaben machen, die Sie eben mit einem Computer machen können. Und es kommt uns ganz normal vor, dass das alles mit einer Maschine geht. Aber 1920 war das nicht so. Da gab es eine Maschine zum Tabellieren, wer zur Arbeit kommt und wer wieder geht und es gab eine ganz andere Maschine, um vorauszuberechnen, wann, wo irgendwo ein Flugzeug drüber fliegt oder wie in welcher Kurve ein Artilleriegeschoss fliegt. Das ist so eine typische Anwendung im frühen 20. Jahrhundert, Krieg. Und Turing und seine Zeitgenossen haben dazu beigetragen, dass sie verstanden haben, dass es universelle Arten von Rechenmaschinen gibt, die all diese Aufgaben gemeinsam übernehmen können. Als es dann diese Maschinen mehr und mehr gab, in den 50ern und 60ern und so weiter, da tauchte dann natürlicherweise die Frage auf, ob eigentlich nicht nur, was diese Maschinen berechnen können, sondern ob es innerhalb dessen, was sie berechnen können, bestimmte Dinge gibt, die irgendwie schwerer zu tun sind als andere. Das ist die Frage nach Komplexität. Nicht nach Berechenbarkeit, sondern nach Komplexität. Ein Beispiel von zwei, wir werden einige, mehrere Informatiker aus dieser Zeitalter kennenlernen, ein Beispiel dafür sind Cook und Levin, die ein ganz berühmtes Theorem geliefert haben, das wir gegen Ende der Vorlesung sehen werden, ungefähr zwei Wochen vor der Klausur, dass viele von Ihnen vielleicht nicht unter diesen beiden Namen kennen, sondern, oder wer kennt Cook und Levin? Haben wir Hände hoch, wer hat es schon mal gehört von den Namen? Ja, ein paar wenige, sehr gut. Vielleicht auch nur einen von den beiden, das ist historisch man lange Zeit nur Cook kannt im Westen oder nur Levin im Osten, die gezeigt haben, dass es bestimmte Probleme gibt, mit denen man eine ganze Klasse von besonders schweren Problemen universell lösen kann. NP-vollständige Probleme. Und wir werden darüber reden, was das eigentlich heißt und was das dann bedeutet für Schwierigkeit von bestimmten Problemen und wie man diese Probleme miteinander vergleichen kann. Es ist ein bisschen früh noch darüber im Detail zu reden, wir kommen dahin gegen Ende der Veranstaltung. Das heißt, Sie sind hier, hoffentlich, um wirklich Antworten auf große zentrale Fragen zu bekommen, die zunächst mal gar nicht so viel mit diesen Computern zu tun haben, die Sie anscheinend studieren, sondern auch mit Ihnen selbst, mit Ihrem eigenen Geist und mit dem, was Sie vermögen mit Ihrem Gehirn. Mit dieser Rechenmaschine, die Sie selber im Kopf haben. In diesem Hörsaal hier in der N7 finden auch die Grundveranstaltungen für die Physiker statt. Da gibt es Experimente und da kommt der Herr Pettke manchmal von da drüben raus und er baut hier Experimente auf und startet die. In der Physik lernt man aus der direkten Interaktion mit der Natur, mit der Welt um uns herum. In der Natur kann man Fragen stellen und dann gibt es einem Antworten über die Experimente. In der Informatik, in der Mathematik ist das Subjekt, das wir studieren, etwas Geistiges, etwas Abstraktes. Wir selbst oder diese Maschinen, die wir selber geschaffen haben. Also natürlich nicht wir, jeder Einzelne selber, sondern vielleicht die Maschinen, die wir als Menschheit geschaffen haben. Und deswegen müssen wir besonders aufpassen, dass die Fragen, die wir stellen, an uns selbst und an diese Geräte, weil die sowas Abstraktes haben, weil die in so einer ätherischen Ebene irgendwie stattfinden, dass wir die sehr präzise stellen, dass wir uns die Regeln sehr klar machen. In der Physik werden die Regeln uns quasi vorgegeben von der Natur, wir nennen sie auch die Naturgesetze. In der Informatik gibt es keine Gesetze, da gibt es nur Axiome, Definitionen und dann Möglichkeiten, aus den Aktionen etwas heraus abzuleiten. Umso mehr hilft es uns dabei zu verstehen, was wir eigentlich können und was wir nicht können. Wir werden also feststellen, dass wir Informatik wahrnehmen können als eine Formalisierung, eine formale Abzweig von sowohl der Linguistik als auch der Mathematik und der Philosophie. Als vielleicht die Art von Mathematik, die versucht etwas Konkretes zu tun, die sich die zusätzliche Regel auferlegt, nicht nur in Anführungszeichen nachzudenken über Probleme, sondern diese Probleme auch konkret zu lösen auf echten Maschinen. Wir werden lernen in der Berechenbarkeit, ungefähr in der Mitte der Vorlesung, dass es bestimmte Probleme gibt, die man zwar stellen kann, als Frage stellen kann, deren Antwort man aber nicht finden kann, weil sie nicht berechenbar ist mit den Maschinen, die wir so selber vor uns gestellt haben. Und dann werden wir gegen Ende der Veranstaltung merken, dass es innerhalb des Raumes dessen, was die Maschinen berechnen können, bestimmte Probleme gibt, die scheinbar schwerer sind und bestimmte andere Probleme, die scheinbar leichter sind. Wir werden faszinierenderweise feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, genau zu sagen, inwiefern ein Problem eigentlich schwerer als ein anderes ist. Und dass es da insbesondere so eine ganze Klasse von Problemen gibt, wo wir leider immer noch nicht genau wissen, wie schwer sie eigentlich wirklich sind. Das ist die Frage nach P und NP, von der Sie bestimmt gehört haben und zu der wir dann kommen werden. Übrigens, ich hoffe, dass das für viele von Ihnen eine motivierende Aussicht ist, über diese großen Fragen nachzudenken. Vielleicht fragen sich aber auch manche von Ihnen, ja, okay, schön, Philosophie, so ein bisschen, aber ich bin doch hierher gekommen, um Informatikerin zu werden, um Programmieren zu lernen, um nachher Geld zu verdienen, warum musst du denn das alles machen, dieses Theoriezeug, P und NP brauche ich nie wieder später. Das ist ein bisschen so wie in der Schule, die Leute denken, sie brauchen ja später nie wieder Quadratwurzeln oder sowas. Aber sie sind zusätzlich auch hier, um tatsächlich etwas über die konkreten Maschinen zu lernen, mit denen wir arbeiten als Informatikerinnen und Informatiker. Denn die Objekte, über die wir nachdenken, die haben direkte Abbildungen auf den konkreten Maschinen, die vor Ihnen stehen. Es wird sich oft, das ist eine Vorwarnung, es wird sich oft so anfühlen in der Vorlesung, als ob ich da so sehr weit oben in den höheren Sphären irgendwie abstrakt über verschiedene Formen von Automaten spreche und von Rechnungen und Räumen von Berechnungen. Und wir werden ganz bewusst oft sehr locker und entspannt sein mit den Ressourcen, die wir diesen Maschinen zur Verfügung stellen. Aber es wird trotzdem so sein, dass die Aussagen, die wir treffen, dass sie sich ganz konkret auf die Maschinen übertragen lassen, die zum Teil vor Ihnen stehen. Wir werden über Automaten sprechen, deren Struktur, da werden wir verschiedene Arten von Automaten kennenlernen, die werden sich direkt abbilden lassen auf bestimmte Bauteile in Ihrem Computer. Auf den Speicher, auf die Recheneinheit und so weiter. Selbst auf die Tastatur. Wir werden über formale Sprachen sprechen und die Eigenschaften dieser Sprachen werden sich zum Teil direkt übertragen auf die Programmiersprachen, die Sie alle kennen. Wir werden zwar keinen Python-Code oder Java-Code oder C++-Code hier aufschreiben, aber was möglich ist mit diesen Programmiersprachen, darüber werden wir einiges verstehen. Egal, wie diese Sprachen dann nachher genau aussehen, welche Syntaxe sie eigentlich haben. Wir werden auch schon relativ bald, schon in zwei Wochen, über Grammatiken sprechen und werden da ungefähr eine Vorlesung haben, in der wir direkt darüber sprechen werden, was es eigentlich heißt, einen Programmiertext zu übersetzen in Maschinen-Code. Wie eigentlich Parser für Programmiersprachen funktionieren und warum bestimmte Aspekte von den Parsern vielleicht schwer oder leicht sind und was das bedeutet für die Sprache. Wir werden über Komplexität sprechen im dritten Drittel der Veranstaltung. Da wird es direkte Übertragungen geben zu den konkreten Algorithmen. Wir werden sogar bewusst über Algorithmen sprechen. Wir werden über bestimmte Probleme sprechen. Teilweise kennen Sie die auch schon aus der Algorithmen-Vorlesung, wenn Sie diese gehört haben. Teilweise kommen neue dazu, die wichtige Rollen spielen als abstrakte Rezepte, um große Klassen von klassischen Problemen zu lösen. So, und dann gegen Ende, vielleicht in der allerletzten oder vorletzten Veranstaltung, werden wir auch ein bisschen über künstliche Intelligenz sprechen, denn offensichtlich in 2024 kann man diesem Thema nicht so ganz entgehen und man muss sich fragen, was eigentlich das, was wir über Berechenbarkeit und über Schwierigkeit von Rechnungen gelernt haben, bedeutet, für die Frage nach Intelligenz für uns selbst und für die Maschinen und inwiefern das, was wir heute als künstliche und echte Intelligenz wahrnehmen, eigentlich im Kontext von Berechenbarkeit und Komplexität etwas bedeutet. Okay, das ist, worum es geht und hoffentlich hat das Ihnen Motivation gegeben. Jetzt geht es um noch ein bisschen was dazu zu sagen, wie wir das machen werden, wie wir diesen Weg durch die Vorlesung tatsächlich konkret dann übersetzen werden. Für diejenigen von Ihnen, die Mathematik studieren oder natürlich für den großen Teil von Ihnen, die schon Mathematikvorlesungen gehört haben, Mathematik 1, 2, 3, für die InformatikerInnen. Sie werden merken, dass diese Veranstaltung einen leicht anderen Charakter hat dafür, wie man Beweise führt, im Vergleich zu dem, was Sie aus der Mathematik kennen, aber dennoch ist sie eine vergleichsweise formale Veranstaltung. Wir werden Definitionen aufschreiben und dann werden wir Sätze formulieren und sie beweisen. Diese Beweise werden aber oft einen eher strukturellen Charakter haben und wir werden zwar zu bestimmten Zeiten uns Mühe geben, sehr formal zu sein und mal ganz genau aufzuschreiben, wie man den Beweis führt, aber wenn wir durch dieses Programm durchkommen möchten, in den nächsten paar Monaten, das ich gerade aufgezeichnet habe, dann werden wir früher oder später auch mal ein bisschen Gas geben müssen und bestimmte Arten von Beweisen so ein bisschen schneller und flapsiger führen. Wenn Ihnen das zu flapsig wird, dann können Sie mal Bescheid sagen, ich warne nur schon mal vor, Sie sind ja jetzt alle dann typischerweise so im vierten Semester oder so, viertes Fachsemester, plus, minus, ein, zwei, seitdem Sie sind zum zweiten oder dritten Mal hier und Sie haben sich daran gewöhnt, wie Beweise funktionieren. So langsam werden Sie erfahrene Denkerinnen und Denker, jetzt kann man mit Ihnen manchmal auch so ein bisschen größere Sprünge schon ein bisschen professioneller mit den Beweisen umgehen, sage ich mal. Ja, ein paar andere Sachen stehen hier auch noch, die ich schon gesagt habe. Für viele von Ihnen, ich weiß, dass für Informatikstudierende diese Veranstaltung oft als eine der schwereren oder vielleicht sogar der schwersten im Grundstudium wahrgenommen wird, das mag sein, es ist aber hoffentlich auch eine der, sagen wir mal, wertvollsten, die Ihnen am meisten mitgeben für den Rest Ihres Studiums vielleicht, denn meiner Meinung nach ist das hier die Veranstaltung, die die ProgrammiererInnen trennt von den InformatikerInnen. Auf der ganzen Welt gibt es Computer Scientists, Menschen, die Informatik als Wissenschaft wahrnehmen, an der Universität studieren und es gibt Menschen, die die Gebühr da programmieren können und diese Mengen überlappen sich natürlich stark, aber wenn Sie sich fragen, was eigentlich Informatik als Wissenschaft ausmacht, warum man das an der Universität studieren könnte oder sollte vielleicht, dann ist eine Veranstaltung wie diese die Antwort darauf, die Ihnen nämlich Grundlagenverständnis liefert, die weit über die konkreten, manuellen, sage ich mal, handwerklichen Fähigkeiten des Programmierens hinausgeht. Das heißt nicht, dass Programmieren nicht wichtig ist, aber das heißt, dass es hilft, fundamentale Grenzen dessen, was möglich ist, zu verstehen. Übrigens bedeutet das auch, dass wir in dieser Veranstaltung nichts konkret programmieren werden. Ich werde keinen Programmiercode zeigen, außer vielleicht extrem abstrakte Formen davon und ich werde keine Graphen zeigen, keine Plots machen, außer vielleicht ganz 1, 2, 3 über die komplette Veranstaltung verteilt, sondern wir werden abstrakte Beweise führen. Das heißt nicht, dass Programmieren unnötig ist oder langweilig, aber einmal im Grundstudium ist es okay, eine Veranstaltung zu haben, in der Formeln entweder auf die Slides oder auf die Tafel gemalt werden. Übrigens, apropos, ich werde großteils nicht auf die Tafel malen, sondern Slides anwerfen mit den ganzen Beweisen drauf. Das hat den Vorteil für Sie, dass Sie nichts abschreiben brauchen, Sie können die Slides einfach von Ilias runterladen. Übrigens hoffe ich, dass Sie alle auf Ilias registriert sind. Es kann auch bedeuten, dass ich manchmal ein bisschen zu schnell werde, wenn ich durch den Beweis durchgehe. Wenn das passiert, sagen Sie gerne was. Sagen Sie es mir entweder hinterher in den Feedbackbogen, die ich Ihnen nachher noch zeigen werde, oder Sie heben einfach die Hand und stellen idealerweise eine Frage. Wenn Sie den Faden verloren haben, in den Beweis, heben Sie einfach die Hand. Erfahrungsgemäß gibt es immer so ungefähr 10% der Veranstaltungen, die bereit ist, die Hand zu heben. Versuchen Sie sich selber, diese 10% reinzuschieben und Fragen zu stellen. Auch wenn sich die Fragen dumm anfühlen für Sie, Sie sind selten dumm, Sie sind typischerweise genau die Frage, die 60% des Rests des Hörsaals sich auch gerade stellt und dann jetzt noch 30% des Hörsaals, die gerade nicht zuhören und 10%, die es vielleicht schon verstanden haben. Also bitte heben Sie die Hand, machen Sie das. Das ist der Nachteil davon, dass ich Ihnen die Beweise quasi gebe auf den Slides. Sonst laufe ich Ihnen vielleicht davon. Okay, jetzt noch ein paar formale Sachen. Oder Moment, bevor ich formale Sachen mache, gibt es Fragen? Wahrscheinlich nicht, ist ja auch eine relativ, ich habe jetzt eine große Flughöhe hier gehabt, so richtig sehr konkrete Sachen habe ich ja nicht gesagt. Also, die Frage ist, wenn ich habe gesagt, die Beweise sind ein bisschen anders als in der Mathematik, heißt das, dass sie nicht mehr so formal sauber sind. Es werden trotzdem Beweise sein. Der Beweis ist ein formaler Prozess, um eine wahre Aussage in eine andere wahre Aussage zu überführen. Und das werden wir machen. Aber Sie werden merken, vielleicht ist zunächst mal die Art von Sprache, in der wir sprechen werden, leicht anders. Denn eine der Rezepte, denen wir folgen werden, ist, dass wir uns mentale Modelle von Rechenmaschinen bauen, die wir Automaten nennen. Und dann werden wir darüber nachdenken, was diese Automaten denn so können. Und dazu werden wir tatsächlich den Prozess der Rechnung zum Automaten aufschreiben. Wir werden uns vorstellen, was für eine Folge, also Sequenz von Zuständen dieser Automat so durchlaufen muss, um bestimmte Arten von Fragen zu beantworten. Das ist eher was, was man in der Mathematik nicht so kennt. Also dieses konkrete Übertragen in einen Prozess, den man dann so sich vor dem inneren Auge ablaufen sieht. Sondern in der Mathematik kennen wir eher so, wir haben hier ein Axiom und da gibt es eine Regel, wie diese Axiom miteinander verknüpft werden können. Ich mache das jetzt mehrmals nacheinander und am Ende steht notwendigerweise wieder eine wahre Aussage, nach der wir gesucht haben. Hier werden die Aussagen oft eher so ablaufen, dass ich wirklich sage, stellen Sie sich die Maschine vor, wie sie das macht und dann das und dann das und offensichtlich führt das zu dem Ergebnis, das wir suchen. Und je komplexer diese Maschinen dann werden, je mehr wir verstanden haben darüber, was die so können, desto mehr können wir diese Prozesse weg abstrahieren. Wir können dann oft sagen, wir wissen ja schon von vor drei Wochen, dass Folgendes geht, also nehmen wir einfach so eine Maschine, die das macht, weil wir wissen ja schon, dass es geht und dann bauen wir mit der Folgendes. Und vor unserem inneren Auge bauen sich dann solche Türme und Pyramiden von komplizierten Maschinen auf, die bestimmte Probleme lösen können oder eben umgekehrt werden wir zeigen, dass bestimmte Arten von Antworten einfach fundamental gar nicht möglich sein können. Gute Frage. Noch mehr Fragen. Ich mache das auch deshalb so konkret vorneweg, weil ich weiß, dass eine Sache, die oft passiert in diesen Grundvorlesungen, diesen theoretischen Grundvorlesungen, ist, dass Sie ganz am Anfang, zumindest ging mir das immer so als Student, in der allerersten Vorlesung den Faden verlieren, weil ich nie ganz verstanden habe, worum es eigentlich geht. Und dann, zack, ist die erste Vorlesung vorbei und irgendwie stehen fünf Axiome auf meinem Mitschrieb und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die jetzt wichtig sind. Ich hoffe, dass es uns heute gelingt, Sie quasi richtig aufzugleisen, dass Sie mit dem Kopf im richtigen Space sind, um dann folgen zu können für die nächsten paar Vorlesungen. Wo kommt diese Inhalte her? Das ist auch vielleicht wichtig, eher so zum Kontext. Diese Veranstaltung ist eine von den Grundvorlesungen in der Informatik. Auf der ganzen Welt, in den USA, in Russland, in China, in Japan, in Deutschland, in Frankreich, in England, wenn Informatikstudierende Informatik studieren an einer Universität, haben Sie früher oder später so eine Vorlesung, die heißt irgendwie Theory of Computer Science, Theory of Computation, die Theorie, die Berechenbarkeitstheorie, die Komplexitätstheorie. Manchmal wird die anders aufgeteilt, an manchen deutschen technischen Universitäten ist das, was wir hier machen, zwei Vorlesungen, dafür dann aber irgendwie sechs ECTS mal zwei oder so und der genaue Schnitt der Inhalte in verschiedene Veranstaltungen mag sich ein bisschen verändern, aber die Aussagen, über die wir lernen werden, die sind universell, die werden auf der ganzen Welt gleich behandelt. Das ist ein bisschen so wie lineare Algebra. Sie haben alle über Eigenwerte gelernt in ihren Grundvorlesungen in der Mathematik und die sind überall das Gleiche. Da gibt es einfach zwei, drei Arten, sie zu erklären und die macht die ganze Welt gleich. So ähnlich ist es hier auch und deswegen gibt es auch quasi einen Grundsatz an Büchern, aus denen man diese Beweise halt so rausholt. Das heißt, ich sage Ihnen schon ganz offen vorneweg, ich erfinde hier nichts Neues für Sie. Das ist anders als eine Spezialvorlesung im Master, wo die Professorinnen und Professoren sich ganz neu überlegen vielleicht für dieses Semester, was muss man denn gerade wissen, was hat sich denn im letzten halben Jahr verändert, was sind denn die Modelle, die Algorithmen, über die wir reden müssen. Da müssen wir selber ausprobieren, manchmal stimmt es nicht ganz, dann kann man dann nochmal ein halbes Jahr später merken, dass es daneben lag. Diese Inhalte hier, die stammen aus Büchern und wenn Sie nachlesen wollen und wenn Sie glauben, dass diese Veranstaltung hier für Sie nutzlos ist und Sie auch einfach ein Buch lesen können, dann können Sie das auch gerne machen. Sie können insbesondere den Sipser lesen, vielleicht das meist weit verbreiteste Lehrbuch über die Theorie der Informatik. Michael Sipser ist ein Professor am MIT, der dieses Buch geschrieben hat, auf der ganzen Welt verwendet wird. So eine relativ vernünftig verdaubare Größe an Buch, nicht so super dünn, aber auch nicht so ein Wälzer. Auf dem basiert ein großer Teil dessen, was ich hier mache. Dann gibt es den Aurora und Barak, das ist ein ziemlich dicker Wälzer, nur über Komplexität. Also quasi das letzte Drittel dieses Buches und da werden wir nur Ausschnitte daraus rausnehmen, wo ich besonders schöne Aussagen gefunden habe in diesem Buch. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das ganze Buch zu machen, da bräuchte man zwei Semester nur für dieses Buch. Dann gibt es ein Buch von Juraj Grunkowitsch, das auf Deutsch ist, auch relativ gut, das sind ein paar, oder eigentlich sehr schön, das sind so ein paar einzelne Blüten drin, an die ich an bestimmten Stellen benutzen werde, um Inhalte hoffentlich klarer zu erklären. Und dann gibt es insbesondere in Deutschland zwei recht weit vorbereitete Bücher von Uwe Schöning, der diese Kurzinformationsbücher geschrieben hat, sehr kompakt, so kleiner Finger dick ungefähr und nur A6 groß oder so, oder was ist das? Nee, A5, glaube ich. Ideen der Informatik und theoretische Informatik kurz gefasst. Ich mache sehr wenig aus diesen Büchern, aber wenn Sie die nochmal zum Review benutzen wollen für die Klausur, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Die andere wichtige Quelle oder Überlapp an Information ist die Veranstaltung, die immer im Wechsel alle zwei Jahre unter dem gleichen Namen von meiner Kollegin Ulrike von Luxburg erhalten wird. Die Theorie der Informatik 2 wird immer in den ungeraden Jahren von ihr gemacht und in den geraden Jahren von mir, zumindestens im Moment. Und ich werde jetzt nicht fragen, weil Sie müssen sich nicht outen, aber manche von Ihnen waren vielleicht schon in der Veranstaltung von Frau von Luxburg. Und wenn Sie die gehört haben und jetzt wieder hier sind, weil Sie die Klausur so sehr gemocht haben, dass Sie sie nochmal machen wollen, dann werden Sie merken, dass die Inhalte sich sehr stark gleichen. Das liegt zum einen daran, dass, wie ich gesagt habe, naja, diese Inhalte halt einfach universell weltweit die gleichen sind. Zum anderen aber auch daran, dass wir durchaus bewusst versuchen, die Inhalte unserer Veranstaltungen sehr ähnlich zu halten, damit es Ihnen möglich ist, auch im nächsten Jahr die Klausur nochmal zu machen. Es gibt leichte Unterschiede zwischen Ihrer Veranstaltung und meiner, es sind aber wirklich so einzelne Vorlesungen, wo wir mal ein bisschen mehr Schwerpunkt in die eine oder andere Richtung legen. Insbesondere, vielleicht kurz, ich werde es einfach einmal kurz sagen, werde ich den Abschnitt über kontextfreie Grammatiken, das ist so eine Zwischenebene in der Hierarchie der formalen Sprachen, etwas länger machen, dieses Semester habe ich vor, da zwei Vorlesungen zuzuhalten und insbesondere versuchen, eine Verbindung zu machen zu sehr konkreten Fragen aus der praktischen Informatik, nämlich dem Konstruieren von Parsern für Programmiersprachen. Mal schauen, wie das gelingt, ist noch ein bisschen im Fluss. Ich werde bei den regulären Sprachen einmal eine halbe Vorlesung mehr dazu machen, wie man reguläre Sprachen sauber charakterisieren kann, da gibt es die sogenannte My Hill and the Road Theorem, das Prof. Luxburg normalerweise nur im Vorbeifahren macht und dann werde ich, muss ich auch irgendwo was rausstreichen, sonst habe ich einfach nur mehr, bei der Berechenbarkeit werde ich ein kleines bisschen weniger die Verbindung zur Mathematik machen. Prof. Luxburg ist selber Mathematikerin und betont diese Beziehung zu den formalen Grenzen der Mathematik ein bisschen mehr als ich. Ich finde die eigentlich auch sehr schön, ich würde sie gerne auch machen, aber irgendwo muss man halt was rausstreichen, deswegen werde ich da so ein bisschen kompakter sein. Und naja, bei der Komplexität schauen wir mal, ehrlich gesagt, wie viel wir dann am Ende da machen, vielleicht ist der Überlapps sogar sehr ähnlich. Falls Sie da vorausschauen wollen, die Vorlesungen von Frau von Luxburg sind schon jetzt auf YouTube, sind inzwischen ein bisschen alte Aufzeichnungen, die standen noch aus der Pandemie, das sieht man den Videos auch an, aber die Inhalte sind jetzt 50 Jahre alt oder 100 Jahre alt, das ist nicht so, als ob die sich groß verändert hätten seit 2022. Falls Sie da vorausschauen wollen, können Sie auch da reinschauen, vielleicht, weiß nicht, finden Sie auch Ihre Art zu erklären nochmal besser. Okay, soviel zum Inhalt. Und jetzt noch einmal zu diesen Übungen. Das ist mir nämlich wirklich, wirklich wichtig. Gerade im Jahr 2024 mit großen Sprachmodellen und ChatGPT ist es möglich, sich die Antwort auf diese Übungsaufgaben, die wir Ihnen stellen, mehr oder weniger automatisch geben zu lassen. Und auch schon vor 2024, auch schon vor 20 Jahren, bei mir ist das Studium auch schon eine Weile her, gab es Kommilitonen und Kommilitoninnen, von denen man die Lösung einfach abschreiben konnte. Da konnte man sich einfach sagen, haben wir ihn hingelegt und halt einfach abgeschrieben. Idealerweise noch eine halbe Stunde vor der Vorlesung und null Gedanken verschwendet darüber, was man da gerade abschreibt. Wenn Sie das tun, ich weiß, dann kriegen Sie damit Ihre 50%, aber Sie lernen genau nichts. Und in der Klausur, in der es ja darum geht, einmal sicherzustellen, dass Sie es wirklich verstanden haben, haben Sie kein ChatGPT und da haben Sie auch niemanden neben sich sitzen, der Ihnen einfach die Lösung sagt. Bitte beschummeln Sie sich nicht selbst, indem Sie einfach die Lösungen abschreiben. Das, was wir hier machen, ist das ultimative Collegium Logikum. Das ist genau die Veranstaltung, in der es darum geht, was Wahrheit ist, was man wissen kann und was man berechnen kann und was schwer und was leicht zu berechnen ist. Und deswegen gibt es hier absolut nichts auswendig zu lernen. Wenn Sie aus dem noch, also ich meine, im vierten Semester muss man Ihnen das wahrscheinlich nicht mehr sagen, aber falls Sie noch den noch einen irrlichternden Kopf haben, der Ihnen sagt, dass Sie einfach nur irgendwas aus einer Liste auswendig lernen müssen, damit Sie die Klausur bestehen, dann liegen Sie falsch. In dieser Veranstaltung gibt es nichts, also wirklich minimal auswendig zu lernen. Es gibt irgendwie Begriffe, die man erkennen kann, aber was es vor allem gibt, ist zu verstehen. Und es gibt nicht die eine Aufgabe, die immer drankommt, und die man einfach nur runterschreiben kann. Sowas zu erreichen, diese Inhalte zu verstehen, ist so wie Sport zu machen fürs Gehirn. Diejenigen von Ihnen, die ein bisschen mehr Sport machen und merken, wie sich der Körper verändert, wenn man Sport macht, Sie wissen, dass man sich selber nicht beschummeln kann. Sie können nicht einfach sagen, ich rede mir ein, dass ich heute 10 Kilometer gerannt bin und mein Körper glaubt mir das dann schon. Das geht einfach nicht. Genauso geht es mit dem Gehirn auch. Sie können natürlich den Zettel abschreiben und Sie können natürlich Chat-GPT fragen, was die Lösung ist, aber das tut Ihrem Kopf genau gar nichts. Nehmen Sie sich selber die Zeit, versuchen Sie, dem Lernprozess zu folgen. Idealerweise heißt das natürlich, dass Sie sich den Zettel selber hinlegen und alleine oder mit Ihrem einen Partner oder Partnerin gemeinsam diskutieren, was die Lösung ist und hoffentlich machen das, ich weiß nicht, 60, 70, 80 Prozent von Ihnen. Und dann gibt es natürlich auch, wenn Sie in der Lerngruppe sitzen, zu 8, zu 10, sind Sie vielleicht ab und zu mal derjenige oder diejenige, die halt einfach zuhört, wie es geht und sich danach selber überlegt, was Sie jetzt gerade verstanden haben und es dann aufschreibt. Ist auch völlig okay. Ich habe in meinem Studium auch ganz viel von meinen Kommilitoninnen gelernt. Man hört halt einfach zu. Wie geht das? Ich habe es nicht verstanden. Jetzt habe ich es endlich kapiert, dann schreibe ich es auf. Aber schreiben Sie es selber auf und nicht ab. Gut. Okay. Ich hoffe, das war genug Predigt und ich habe Sie alle so weit, dass Sie wirklich Lust haben, die Zettel selber zu machen. Und jetzt ist es 13.30 fast, jetzt können wir endlich loslegen mit dem ganzen administrativen Teil zur Seite. Bevor ich weitermache, ist die letzte Frage, hat noch jemand administrative Fragen? Zur Klausur, ja. Jetzt sehe ich keine Hände mehr. Dann legen wir jetzt endlich los. Haben wir genug Philosophie und Predigten und Administratives gemacht. Jetzt fangen wir mal wirklich an. Und jetzt Achtung, wenn ich das nächste Mal auf die nächste Slide gehe, dann passiert das, was immer passiert in den ersten Vorlesungen von so einer Theorievorlesung. Genau das Gleiche ist Ihnen schon in der Mathematik passiert, in der Mathematik 1, in der Mathematik 2, in der Mathematik 3, in anderen Theorievorlesungen. Nämlich, dass ich jetzt gleich ein paar Regeln aufschreibe, ein paar Definitionen und es wird nur eine kleine Handvoll sein und dann wird der Name des Spiels für die nächsten ein, zwei Wochen sein, dass wir gucken, was wir aus diesen Regeln zusammenklöppeln können. Und wenn Sie dann die Übungsaufgabe sehen, dann werden Sie sich denken können, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht, kombinatorisch viel diese Regeln miteinander zu verknüpfen. Wahrscheinlich sehen die Übungsaufgaben ungefähr so aus, wie sie aussehen. Und das andere, was passiert ist, dass ich jetzt gleich eine Definition hinschreibe und sage, das ist das, worüber wir reden und wenn ich das mache, dann, also ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber mir ging es da in der Vergangenheit dann immer so, dass ich gar nicht so richtig verstanden habe, wie wir jetzt von diesem großen philosophischen Ding, das ich gerade aufgezogen habe, zu genau dieser Definition kommen. Versuchen wir es gemeinsam zu machen und ich lade Sie ein, in Ihrem Kopf kritisch mitzudenken, ob das, was ich jetzt gleich mache, tatsächlich das abbildet, was ich vorher da philosophisch groß aufgezogen habe. Wir werden also über formale Sprachen sprechen, übrigens im Sinne von Gottlob Frege, den ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und dazu müssen wir definieren, was eine Sprache ist und dazu brauchen wir einen Schritt davor, wir müssen nämlich definieren, in wie wir eine Sprache darstellen. Frage? Anmerkung. Ja. Ah, das erste Übungsblatt kommt heute raus. Das Übungsblatt wird in einer halben Stunde auf Ilias sein oder ist es vielleicht dann, es wird von Hand hochgeladen. Okay, jetzt legen wir los. Das heißt, abgeben tun Sie es nächste Woche. So, wir definieren uns jetzt zunächst mal, wenn wir über Sprachen sprechen, müssen wir natürlich über die Symbole sprechen, in denen wir die Wörter der Sprache aufschreiben. Und diese Symbole, also ich sage Ihnen mal da oben den Satz, wie er da oben drin steht, vielleicht trotzdem zur Hilfe, damit wir verstehen, worüber wir sprechen. Wir werden uns zunächst mal Sprachen definieren, sowohl im linguistischen Sinne, als auch im Computersprachensinne. Vielleicht merken Sie gerade in Ihrem Kopf, dass Sie Sprachen in zwei verschiedenen Arten und Weisen benutzen, nämlich über Deutsch und Französisch und Englisch und Python und C++ und Haskell und whatever. und die beiden haben irgendwas miteinander zu tun. Sie einigen sich nämlich darüber, dass wir in einer Form, formalen Form symbolisch Objekte definieren, die wir Wörter nennen. Und manche Wörter gehören dazu zu der Sprache und manche gehören nicht dazu. Und genau diesen Prozess werden wir jetzt versuchen zu formalisieren. Und während wir das tun, weise ich auf ein paar Sachen hin. Eine Definition. Zunächst mal wählen wir uns etwas aus, das wir Alphabet nennen. Ein Alphabet ist eine endliche Menge, die wir immer Sigma nennen werden, Groß Sigma, von Zeichen. Die Elemente von dieser Menge nennen wir die Symbole oder auch die Buchstaben. Das meine ich im abstrakten Sinn. Die Symbole könnten auch Emojis sein, sie könnten auch Ziffern sein, 1, 2, 3, 4, 5, sie könnten auch die die arabischen, die römischen, chinesischen, indischen Darstellungen von 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter sein. Im Einser-System, im Zweier-System, im Hexadezimal-System und so weiter. Ein Wort W über so einem Alphabet Sigma ist dann eine endliche Folge von Zeichen aus Sigma. Die Länge eines Wortes ist die Anzahl der Zeichen in dem Wort W und wir schreiben dafür natürlich diesen Absolutbetrag, den Sie schon aus anderen Kontexten kennen. Und wir werden auch manchmal Worte explizit ausschreiben als ein Wort W, das besteht aus dem ersten Buchstaben, dem zweiten Buchstaben, dem dritten und so weiter bis zum n-ten Buchstaben und das ist dann ein Wort von der Länge n. Wichtige Randbemerkung hier, die uns leider immer mal wieder jetzt so eine kleine Stolperfalle machen wird, die Ihnen vielleicht noch gar nicht so aufgefallen ist, wir lesen im westlichen System von links nach rechts, deswegen steht der erste Buchstabe da und der letzte Buchstabe da. Wir schreiben aber Funktionen typischerweise in der Mathematik von rechts nach links. Wir schreiben F von G von H und lesen sie dann von innen raus, aus den Klammern raus. Hier, wenn wir über Sprachen sprechen, lesen wir von links nach rechts. Das wird gleich hier unten klar, für die Konkatenation von zwei Wörtern W1 und W2 werden wir W1, W2 schreiben. Und manchmal werde ich auch einfach, weil die Notation so ein bisschen weit verbreitet ist, auch schreiben W ist gleich W1 Kreis W2, also ein kleiner Kreis für die Konkatenation. Sie kennen das aus der Mathematik und da lesen Sie es genau andersrum. Da schreibt man erst das verknüpft mit dem. Man liest von rechts nach links. Hier ist es leider andersrum und es liegt einfach daran, dass wir uns alle blöderweise darauf geeinigt haben, von links nach rechts zu lesen. Und sonst wären die Worte ja nicht lesbar. Okay, das heißt zum Beispiel, zu dem Teil hier komme ich gleich, ich sage was dazu gleich, ein Beispiel für ein Alphabet wäre zum Beispiel das binäre Alphabet 0,1 oder plus, minus oder hoch, runter, wie auch immer. Wenn wir das 0,1 Alphabet benutzen, dann könnten wir zum Beispiel als ein Wort die binäre Zahl 0,1,1,0,1,0 aufschreiben und von links nach rechts lesen. Dieses Wort hat die Länge 6. Wir könnten auch die lateinischen Buchstaben benutzen, von A bis Z, die kleinen, dann können wir so Worte wie Informatik schreiben und dieses Wort hat die Länge 10. und wir können zwei Worte miteinander verknüpfen, zum Beispiel diese beiden, dann ist W1 W2, erst W1, dann W2, von links nach rechts gelesen. Macht Sinn, oder? Wir schreiben dann natürlich auch ganz schnell solche kleinen Tricks wie das hier, W1 Quadrat heißt halt einfach das Wort zweimal hintereinander geschrieben, können Sie sich wahrscheinlich auch denken. Und dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Aus verschiedenen Gründen brauchen wir auch ein Wort, das aus genau Null Buchstaben besteht. Wir nennen das das leere Wort. Das ist das Wort, in dem nichts steht. Und dieses Wort hat einen besonderen Namen und es heißt Epsilon, das leere Wort. Und dieses Epsilon sorgt immer gleich für die erste große Verwirrung in dieser Veranstaltung, deswegen werde ich immer mal wieder ein bisschen drüber reden. Wir brauchen es unbedingt. Warum? Naja, eine erste Intuition dafür, warum wir das brauchen, ist, wir werden diese Worte nachher benutzen als Eingaben für Computer. Wir werden uns also Maschinen überlegen, welche diese Worte einlesen, zum Beispiel, weil sie jemand in die Tastatur eintippt oder weil sie auf irgendeinem Band stehen, das man auslesen kann oder weil sie irgendwo reingefüttert werden über eine Lochkarte oder so. Und dann müssen wir darüber reden können, was diese Maschine macht, wenn sie genau nichts gegeben bekommt. Wenn man sie also anschaltet und nichts vor ihr liegt und dann ist diese Eingabe genau das leere Wort. Und um das beschreiben zu können, brauchen wir dieses Ding, das liegt da einfach irgendwo rum. Vielleicht hilfreich für Sie als Denkhilfe ist, Worte sind also für Sie, wenn Sie mit Programmiersprachen und Algorithmen vertraut sind, Datentypen vom Typ Liste. Sie haben also eine Reihung, eine Ordnung. Sie haben einen Anfang und ein Ende und wir wissen, wie wir von einem Element zum nächsten kommen. Sie sind keine Mengen, ungeordnete, Haufen, Säcke, Vollelementen, sondern Sie haben eine Reihenfolge. Das leere Wort ist sowas wie die leere Liste. So eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Sowas in der Art. Ein leerer Array. Okay? Macht Sinn? Heftiges Nicken, wir sind noch schön langsam, damit ich hier nicht davonlaufe. Geht dann ganz schnell, sehr viel schneller. Jetzt, wenn wir Worte definiert haben, übrigens, nebenbei, für Sie, damit Sie mal irgendwo klugscheißen können auf der Party, auf Deutsch gibt es das Wort Worte und das Wort Wörter. Die sind beides anscheinend plural von irgendwas, nämlich von Wort. Und ich werde sie immer mal wieder miteinander verwechseln, vielleicht klappt es daher, dass ich irgendwo hier aus Südwestdeutschland komme und ist das hier so ein bisschen egalisch. Aber genau genommen ist das Wort Wörter das, worüber wir reden hier, nämlich aufeinanderfolgende Sequenzen von Buchstaben und Worte ist das, was in der Bibel steht oder in einem Buch, nämlich Gedanken, die aneinandergereiht sind und die irgendwie semantischen Inhalt haben. Idealerweise sollte ich also immer von Wörtern sprechen und ich werde es trotzdem ständig falsch machen. So, wenn wir dann Wörter aufgeschrieben haben, dann können wir einfach, um über diese Wörter reden zu können, müssen wir über deren Anfang und deren Ende und deren Teilsequenzen reden können müssen und dazu werden wir über Teilworte sprechen. Ein Wort X, also eine Sequenz von Zeichen, heißt Teilwort von einem anderen Wort Y, falls es Wörter U und V im Sigmar Stern haben wir jetzt auf der nächsten Slide definiert, Schweinerei. Ich habe es vorher verschoben, die Slide, weil ich dachte, so rum ist es besser. Macht nichts, kommen wir gleich dazu. Falls es Wörter U und V gibt, ist eigentlich egal, was der Sigmar Stern ist, da kommen wir gleich dazu. Sie wissen, was Wörter sind, falls es andere Wörter gibt, U und V, Sigmar Stern ist einfach genau die Menge, die aus allen Wörtern besteht. Sie können sich überlegen, was die wohl ist und gleich sehen Sie, was die Definition dazu ist. Falls es Wörter U und V gibt, so dass wir Y schreiben können, als U, X, V. Konkateniert miteinander. Falls U das leere Wort ist, also falls davor nichts steht, dann nennen wir X ein Präfix von Y und falls V das leere Wort ist, dann nennen wir X das Suffix von Y. Auch das wahrscheinlich für Sie keine Überraschung, sind schöne Worte irgendwie, Präfix und Suffix, mag man, kennt man so als Informatikerin. Leider werden wir sie gar nicht so oft benutzen können, aber hier sind sie einmal definiert. Hier unten sind ein paar Beispiele, glaube ich, relativ offensichtlich. Entscheidend ist vielleicht, gleich mal wieder über das leere Wort nachzudenken. Das leere Wort ist sein eigenes Präfix und sein eigenes Suffix und es ist auch das Präfix und Suffix von allen anderen Wörtern. Interessant übrigens, dass jetzt die ersten anfangen zu gehen. Sobald ich anfange, Mathe zu machen, gehen Sie. Jetzt habe ich so schön Philosophie gemacht und Sie zu motivieren und dann verliere ich sie gleich alle. Okay, jetzt haben wir Wörter definiert und jetzt mache ich einmal kurz die Definition, die ich eigentlich schon längst hätte vorher machen sollen, die mir aber jetzt eigentlich passender vorkommt, nämlich was machen wir mit den Wörtern? Wörter aufzuschreiben ist irgendwie langweilig. Das ist offensichtlich was Mechanisches. Wenn ich Ihnen sage, es hat die Zeichen 0 und 1, dann ist halt jede Sequenz von 0 und 1 ist ein Wort. Okay, fein. Spannend wird es erst, wenn wir bestimmte Wörter herausgreifen können und sagen können, es gibt bestimmte Arten von Wörtern, die sind okay und die anderen sind nicht okay. Wenn wir also klassifizieren zwischen in und out, richtig und falsch, wahr und falsch, akzeptiert, nicht akzeptiert, korrektes Ergebnis, falsches Ergebnis. Das ist das, was Computer machen. Und genau diesen Prozess, den formalisieren wir durch die Idee einer Sprache. Funktioniert folgendermaßen. Die Menge aller Wörter der Länge N über einem Alphabet Sigma nennen wir Sigma hoch N. Dann fragt man sich natürlich sofort, was Sigma hoch Null ist. Typische Mathematikerfrage übrigens. Was ist denn irgendwas hoch Null? Ah, da haben wir ein Nordwort dafür. Das ist nämlich genau per Definition die Menge, die das leere Wort enthält. Und da gibt es jetzt immer irgendwo ein paar Schlaumeier, die wahrscheinlich gerade schon anfangt zu überlegen. Sehr gut, dass Sie das tun, wenn Sie das tun. Ich möchte Sie überhaupt nicht irgendwie schlecht fühlen lassen. Das hier oben ist nicht die leere Menge, sondern es ist die Sprache, welche das leere Wort enthält. Wir denken gleich nochmal drüber nach. In einem Moment. Sigma hoch Null ist also die Menge, welche das leere Wort enthält. Und dann definieren wir dieses Sigma-Stern. Das ist erstmal abstrakt, einfach die Menge aller möglichen Wörter. Und die hat einen Namen, die heißt Klinische Hülle. Nach einem Informatiker namens Klin, von dem wir noch sehr viel mehr hören werden in den nächsten zwei, drei Vorlesungen. Und es ist die Menge aller Wörter über Sigma. Hier steht sie einmal definiert. Das ist die Vereinigung über alle möglichen Aneinanderreihungen von Buchstaben aus dem Alphabet. Und vielleicht ist es hier immer hilfreich zu sagen, dazu gehört insbesondere Sigma hoch Null, also das leere Wort, und insbesondere gehört dazu alle endlichen Sequenzen von Symbolen für beliebige Länge N. Sie kennen das aus anderen Vorlesungen, dieses Symbol mit dem Unendlich da oben, und vielleicht haben Sie schon mal gemerkt oder gehört oder gesagt bekommen, dass dieses Unendlich so ein bisschen irgendwie gefährlich ist. Und wir werden uns sehr ausgiebig damit beschäftigen, hier ist das erste Mal, wo das so vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen macht, diese Menge ist unendlich, aber sie enthält nur endliche Wörter, endlich lange Wörter, aber eben für beliebige Länge. Auch wenn da oben unendlich steht. Manchmal gibt es übrigens auch dieses Sigma Plus, das ist die Menge aller nicht leeren Worte, Sigma, das ist zum Beispiel sowas, was man auswendig lernen muss, Sie wissen halt einfach, wenn da ein Plus steht, dann ist da unten geht die Vereinigung von N gleich 1 los, und so wahnsinnig oft wird es auch nicht auftauchen, das ist eher sowas, womit man sie mal bei den Übungsblättern traktieren kann, und dann brauchen wir es für die Beweise nur ganz gelegentlich, aber wenn es dann auftaucht, ist es blöd, wenn ich es vorher nicht definiert habe, deswegen erwähnen wir es einmal kurz hier. So, eine Sprache, und jetzt wird es spannend, über einem Alphabet Sigma ist eine Menge von Wörtern über Sigma, es ist also eine Teilmenge von Sigma-Stern. Ich habe nicht gesagt, eine echte Teilmenge, ist auch ein Gleichheitszeichen drunter, sondern einfach eine Teilmenge von Sigma-Stern. Und das ist die mächtige Konstruktion, die uns das ganze Semester über beschäftigen wird, und die so einfach aufzuschreiben ist. Nehmen wir ein paar Beispiele. Sagen wir, das Alphabet ist AB, das ist im Prinzip das binäre Alphabet, das könnte auch 0,1 heißen, A und B sind halt einfach zwei andere Symbole, die genauso gut stehen können wie 0 und 1, dann wäre die Sprache L gleich Sigma hoch 2 wäre genau diese Menge. Also alle möglichen Kombinationen von den beiden Buchstaben A und B aneinandergereiht. Dieses Beispiel ist da, um zum einen zu zeigen, dass alle möglichen Buchstaben aneinandergereiht werden können und zum anderen, dass die Reihenfolge wichtig ist. Das Wort AB ist ein anderes als das Wort BA. Diese Dinger sind nicht kommutativ. Ich könnte auch zum Beispiel das lateinische Alphabet benutzen, von A bis Z und so weiter. Nehmen wir mal an, dass da die üblichen deutschen Sonderzeichen auch mit dabei sind, die Umlaute, das E, das Ü und so weiter oder Sie könnten auch sagen irgendwie UTF-8 oder whatever, irgendeine ISO 116 irgendwas, Definition von Buchstaben und dann könnten wir sagen, die Sprache ist die Menge aller Wörter, die im deutschen Wörterbuch Duden aufgelistet sind. Das ist offensichtlich eine ähnliche Menge. Da gibt es ein Buch, das ist endlich dick, da stehen die alle drin und all diese Wörter sind akzeptiert, die gehören zur deutschen Sprache. Und natürlich geht das so für alle anderen menschlichen Sprachen auch. Das wäre eine Möglichkeit, die deutsche Sprache zu definieren. Und dann könnte man so eine Art Filter bauen, dem man ein Wort gibt und dann guckt er nach, ob das Wort, das ihm gegeben wurde, in dem Duden drin steht und wenn ja, dann gibt er aus ja und wenn nein, dann gibt er aus nein. Das wäre schon so eine Art von Automat, wie wir sie dann bald bauen werden. Wir können aber auch mathematischere Konzepte definieren. und da wird es jetzt spannend, denn es ist vergleichsweise einfach, einen Satz aufzuschreiben in geschweifte Klammern und dann ist es erstaunlich schwer, darüber nachzudenken, wie man den tatsächlich realisiert als Regel. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme das binäre Alphabet, 0,1 und dann L ist die Menge aller Worte über Sigma-Sternen, die eine gerade Binärzahl darstellen. Kurzer Check, wie würden Sie das überprüfen, ob so eine Zahl binär ist oder nicht? Genau. Genau, also die Antwort ist, wenn die letzte Ziffer, also der letzte Buchstabe in dieser Sequenz eine Null ist, dann ist sie gerade und wenn es eine 1 ist, ist sie ungerade. Das ist vergleichsweise eine einfache Frage. Wir können sich vorstellen, dass man sich einen Algorithmus überlegen kann, auf einem Art von abstrakten Computer, der einfach durch dieses Ding durchrattert, wartet, bis es zu Ende ist und dann sagt, was immer da auch steht, 0 oder 1, da habe ich meine Entscheidung getroffen. Wir könnten aber auch fragen, wir könnten eine Sprache definieren, die aus allen Binärzahlen besteht, die durch 3 teilbar sind. Da fällt die Antwort ein wenig schwerer. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aufzuschreiben, Sie müssten sich vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, aber Sie merken jetzt, dass es vergleichsweise einfach ist, hier rechts hinter diesem vertikalen Strich eine Aussage hinzuschreiben und zu sagen, so definiere ich diese Sprache und dass es sehr viel schwerer ist, auch für Sie im Kopf, darüber nachzudenken, wie man entscheidet, ob ein bestimmtes Wort W in der Sprache ist oder nicht. Wir können aber auch solche Definitionen von Sprachen in der abstrakten Art und Weise formulieren, sodass Sie unendliche Mengen definieren. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir definieren die Sprache über diesen binären Alphabet, die besteht immer aus der Aufeinanderfolgen von den beiden verschiedenen Buchstaben. Also aus AB, aus ABAB, aus ABABABABABABABABABABAB und so weiter. Also allen möglichen N Kopien von dem Teilstring AB. Offensichtlich ist das eine Teilmenge von der klinischen Hülle und offensichtlich ist diese Menge unendlich groß. Das heißt, wir sehen, Sprachen können also unendlich groß sein. Sie können unendlich viele Wörter enthalten. Und dann können wir auch mal darüber nachdenken, wie viele Sprachen es eigentlich gibt. Die Menge aller Sprachen über einem Alphabet Sigma ist, ich sag mal offensichtlich, die Potenzmenge. Also die Menge aller Teilmengen der klinischen Hülle. Per Definition, weil man ja gesagt hat, Sprachen sind Teilmengen von Sigma Stern. Also ist notwendigerweise die Menge aller Sprachen über einem Alphabet die Menge aller Teilmengen von Sigma Stern und das ist genau die Potenzmenge. Das bedeutet, dass es offensichtlich auch unendlich viele Sprachen über einem Alphabet gibt. Nicht nur sind die Sprachen potenziell unendlich lang, sondern es gibt auch unendlich viele von ihnen. Und da ahnen Sie vielleicht schon voraus, dass das noch was ein Problem werden wird für uns. Wir müssen darüber nachdenken, wie viel unendlich da eigentlich drin ist und inwiefern das ein Problem ist, dass es da so unendlich viele verschiedene Dinge gibt, die wir entscheiden können wollen. Vielleicht so als Hinweis, damit Ihnen der Kopf anfängt zu rauchen, wenn wir versuchen, eine Art von Maschine zu bauen, genau eine, die da vor Ihnen steht, als graue Kiste und der die Aufgabe stellen, bestimmte Sprachen zu erkennen oder nicht zu erkennen, dann können Sie sich natürlich fragen, gegeben, dass es da unendlich viele gibt, kann ich mit dieser einen Maschine, die vor mir steht, mächtig genug kommunizieren, dass ich Ihnen alle möglichen Entscheidungen über beliebige Sprachen aufgeben kann als Aufgabe oder nicht. So, jetzt bin ich fast am Ende, vorletzte Slide oder eigentlich fast die letzte Inhaltsslide, auch auf Sprachen können wir dann verschiedene Operationen definieren und das ist relativ offensichtlich, wenn Sie sich einmal verinnerlicht haben, was Sprachen sind, wir können nämlich insbesondere Sprachen miteinander vereinigen, also die Vereinigung von zwei Sprachen, L1 und L2, ist die Menge aller Wörter, sodass das Wort W entweder in der einen oder einschließlich ist oder in der anderen Sprache L2 ist. Genauso können wir den Schnitt definieren, also die Menge aller Wörter, die in beiden Sprachen vorkommen. Wir können die Differenz zwischen zwei Sprachen definieren, diese Backslash ist das sogenannte Set-Minus, also das Minuszeichen für Mengen, manchmal schreibt man auch tatsächlich ein Minus, dann kann ein bisschen verwirrend sein, L1 ohne L2 ist die Menge aller Wörter aus L1, welche nicht auch in L2 sind und wir können das Komplement einer Sprache definieren, nämlich die Menge aller Wörter aus der klinischen Hülle, welche nicht in der Sprache sind und wir können die Konkatenation von zwei Sprachen definieren, nämlich die Menge aller Wörter, welche Verknüpfungen sind, Konkatenationen von Wörtern aus den beiden Sprachen. Diese Art von Definition, da merken Sie vielleicht, ist ein bisschen kompliziert, weil es ja sein kann, dass wir ein gegebenes Wort auf verschiedene Arten und Weisen in Teilworte zerlegen können. Und wir können auch die klinische Hülle über Sprachen definieren, nämlich die Menge aller beliebigen Konkatenationen von Wörtern aus einer Sprache. Und das gleiche natürlich auch wieder mit der positiven Hülle. Wenn Sie da jetzt einen schlauen Satz drunter schreiben wollen möchten, dann können Sie sagen, in diesem Sinne bildet also die Menge aller Sprachen eine Algebra mit den Operationen Vereinigung, Durchschnitt, Differenz und so weiter und so weiter, das ist ein schlaues Wort, das einfach nur bedeutet genau das, was oben drüber steht. Nämlich es gibt eine Menge, die Menge aller Sprachen, die heißt die Potenzmenge von Sigma-Sternen und dazu gibt es Operationen, nämlich genau diese und das ist schon alles, dann war es eine Algebra. Keine weiteren Eigenschaften. Vielleicht eine schnelle Frage, um zu checken, ob Sie mitgedacht haben. Ist die Sprache, welche nur das leere Wort enthält, eine Sprache? Ja, Sie blicken. Ist die leere Menge eine Sprache? Leute, schütteln Sie den Kopf? Warum schütteln Sie den Kopf? Wo ist es nicht? Ja, genau. Oh, ist gut, man hat schon mal reagiert. Also, die leere Menge ist auch eine Sprache, weil, vielleicht haben Sie mal per Definition gelernt, die leere Menge ist eine Teilmenge von allen Mengen und wir haben gesagt, Sprachen sind Teilmengen von Sigma-Stern. Die leere Menge ist per Definition eine Teilmenge von Sigma-Stern, deswegen ist die leere Sprache auch eine Sprache. Und jetzt können Sie einmal beim Rausgehen darüber nachdenken, dass es einen Unterschied gibt zwischen der leeren Sprache, also der Sprache, die kein Wort enthält, und der Sprache, welche ausschließlich das leere Wort enthält. Diese enthält genau ein Wort, nämlich Epsilon, während die leere Menge genau nichts enthält, Null Elemente hat. Und diese beiden Sprachen sind auf eine bestimmte Art und Weise fast das Gegenteil voneinander. Wenn wir nämlich darüber nachdenken, dass wir diese Worte als Eingabe für Computer benutzen werden, dann ist das der Unterschied zwischen der Maschine, Ah, ich überlasse Ihnen das als Gedanken für den Weg nach Hause. Aber Sie können ja mal darüber nachdenken. Auch als weiteren Gedanken fürs mit nach Hause nehmen, über die wir nicht heute reden werden, ist, natürlich können wir diese Objekte, Vereinigung, Durchschnitt, Differenz, Komplement und so auch auf Alphabeten definieren. Alphabete sind ja auch Mengen. Und auf Mengen kann man eben diese Operationen definieren. Sie sind aber sehr viel spannender für die Sprachen als für die Alphabete. Überlegen Sie sich mal, warum. Das war die letzte Slide. Am Ende aller meiner Vorlesungen werde ich Ihnen immer so eine Slide zeigen mit einem QR-Code drauf, der führt Sie zu einer Feedbackbogen. Ich möchte Sie bitten, in dem Moment immer kurz Ihr Telefon hochzuheben und einmal diesen QR-Code zu scannen, hoffentlich funktioniert es. Und der sollte Sie führen zu einem Ilias-Umfragebogen, auf den ich Ihnen fünf Fragen stelle. Die ersten beiden sind Multiple-Choice-Fragen, eins bis fünf. Wie schwer fanden Sie es heute und wie gut fanden Sie es heute? Gut, schlecht, schwer, leicht. Das hilft mir zu verstehen, wo wir sind im Moment. Und danach sind drei Freitextfragen, die Sie nicht beantworten müssen, aber nutzen können, um mir zu sagen, was Sie heute nicht verstanden haben, was Ihnen nicht gefallen hat und was Ihnen gefallen hat. Wir haben heute über Administration geredet, steht da oben, und wir haben Alphabete und Sprachen eingeführt und nächsten Donnerstag, also übermorgen, geht es weiter mit den ersten Automaten. Dankeschön. Vielen Dank.